willkommen zu diesem heutigen spiel liebe fußballfreunde willkommen in diesem tollen stadion am mikrofon sind heute wieder mal wolf fuß und der geschätzte kollege frank buschmann und heute sind wir zu gast bei einem ligaspiel könnte eine klasse partie werden wir sind also zu gast in der liga eine spannende partie zwei interessante mannschaften und schauen wir mal wer das bessere ende für sich hat die gäste bislang mit der schlechtesten auswärtsbilanz zwei siege aus neun spielen alles andere als eine gute bilanz wie ist ein eindruck von der heimannschaft buschi sie sollten sich nicht zu früh freuen aber trotzdem der weg zeigt ganz klar in richtung europa wenn sie weiter so konzentriert auftreten wird es klappen und das wäre ein riesen so tritt der gastgeber in dieser heutigen partie an sie spielt heute im 451 wenn ich es richtig sehe das ist richtig ein wirklich massives mittelfeld aber es ist klar genau von hier muss dann die unterstützung und die möglichkeit der muss dort drin sein noch ist die chance da aus nächster nähe scheitert er aber das lob gilt natürlich dem keeper da macht er zu macht dicht und lässt nichts anbrennen so ecke kommt ein guter block hier abwehrversuch scheitert szene geht weiter wir müssen aufpassen und damit ist der ball weg vielleicht die führung jetzt genau so hatten sie sich das auch erhofft das ist natürlich bitter für den torhüter den ersten abgewehrt aber dann klingelt es trotzdem er beim keeper hat sie nicht gelegen seine abwehrspieler haben ihn einfach im stich gelassen so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht das gibt ein wurf und jetzt stellt hier die heimannschaft auf pressing um sie sortieren sich neu und erhöhen damit den druck klasse zu spiel was macht er draus ja er hat den ball im eigenen 16 ja was willst du machen bei so viel druck weg ist der ball gefährlich klasse pass jetzt ist er durch das ist eine verschenkte chance da fehlt einiges der ball geht weit vorbei viel zu überhastet da hätten sie den vorsprung geben ausbauen können wenn nicht gar müssen keine frage schüler pass gute aktion jetzt vielleicht die kann natürlich ganz locker halten da war bei weitem nicht genug druck hinter diesem ball der trainer kann nicht einverstanden sein mit der chancenverwertung viel zu oft vergeben sie beste möglichkeiten machen zu wenig aus dieser überlegenheit das ist fast schon fahrlässig und es ist ja nur eine knappe führung viel mit auge er kann abwehren aber der ball weiter im spiel boah was für eine chance aber kein tor das gibt es doch gar nicht das sah alles nach dem ausgleich aus die aktion wird jetzt also doch noch bestraft er sieht hier die gelbe karte und das geht auch vollkommen in ordnung ich denke da kann er sich nicht beschweren sieht gefährlich aus guter vorstoß jetzt schönes zuspiel hier aber ball gewinnen hätte gefährlich werden können klasse pass könnte was werden der torwart ist schon geschlagen aber trotzdem nicht der treffer das ist da schief gelaufen der muss er ja machen fängt diesen ball ab super was spielt den ball in den freien raum was für eine chance sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen hat er gezeigt was will er ausmachen kann dieser zug zum tor sehr sehr druckvoll ein schöner solo lauf gekrönt von einem sehenswerten treffer spiel stand 20 im moment läuft es natürlich für sie jetzt der ballverlust jetzt ist gefährlich der ballverlust keine gute aktion in den freien raum naja jetzt müssen sie aufpassen und jetzt die chance was macht er draus ist hier immer noch einmal flach kommt der ball den ball hat die abwehr gute erste hälfte sie liegen mit 2 zu 0 in front und nach der pause müssen sie einfach so weitermachen er ist heute einer der auffälligsten er hat sein tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich der ball rollt die zweite hälfte läuft macht er gut ballverlust da kann er sich den ball holen gefährlich den ball holt er sich auf der außenbahn die chance auf den konter ganz stark gemacht das gibt eine gute gelegenheit der ball geht an den pfosten welchen die gefährlich aus geht damit vollem einsatz zum ball da ärgern sie sich ballverlust stark gemacht das könnte was werden die chance ein fantastisches tor aus der kurzen distanz hat der torhüter kein zwei gegen einen da kannst du als torhüter im grunde nichts mehr machen da außer du hast glück und spekuliert richtig aber hier wir sehen es ja noch mal ganz schwierig für ihn noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive und der gegner strahlt nicht mehr allzu viel gefahr aus ich denke das ding ist durch die gäste werden wechseln auch das war wieder ein exzellentes zu spiel da kommt der pass jetzt gefährlich aber da wäre jetzt platz der muss passen der ball ist drin klasse herausgespielt und dann lässt er sich die chance natürlich nicht nehmen er machte treffer aber eigentlich ohne echte gegenwehr muss eigentlich nur noch ein schien so dinge hast du nicht allzu häufig das macht es leicht ganz leicht es gibt nun also einen spielerwechsel beim fc luzern ja und warten wir mal ab wie das dann im spiel aussehen wird nach dieser umstellung ich glaube ich lehne mich nicht zu weit aus dem fenster wenn ich hier jetzt von der entscheidung spreche und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen und da ist dabei wieder weg guter pass ganz knappe nummer ich weiß nicht ob das nicht doch gleiche höhe war es gibt nun also einen spielerwechsel beim fc luzern ja und der trainer hofft natürlich dass das jetzt noch mal frischen wind bringt klasse pass hat es können was werden jetzt kein guter schuss der geht weit vorbei ballverlust ja könnte was werden gefährlich kann er was draus machen so ein eigentor ist natürlich besonders ärgerlich der will ja eigentlich helfen und den ball ab werden und dann kommt es an das so jetzt können wir uns den treffer noch mal genauer anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive und wir haben einen neuen spielstand 4 zu 1 am ausgang des spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr trotzdem die fans freuen sich jetzt gibt es hier vielleicht die chance sie kommen über den flügel verteidiger ist da er hat den ball acht minuten jetzt noch ja mit viel übersicht macht er gut was macht er draus jetzt vielleicht der abschluss natürlich klasse aber die vorbereitung die hatte es in sich das ist das bitter für den keeper hier den ersten hatte er schon abgewährt ja aber eben nicht festhalten können und dann ist das ding natürlich leichte beute für einen stürmer das resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr der ballverlust in den freien raum naja jetzt müssen sie aufpassen er hält den ball fest das war wichtig drei minuten nachspielzeit wird es hier geben sie haben platz gute aktion der angriff können was werden das muss es sein auch wenn sie hier treffen es wird natürlich nicht reichen entsprechend auch wenig freude bei den spielern das ist doch wenigstens mal ein kleines erfolgserlebnis für sie aber mehr auch nicht da machen sie noch ein tor aber am resultat wird das nichts mehr großartig ändern dazu sind sie zu deutlich unterlegen sie werden dieses spiel verlieren der aktuelle stand hier lautet 52 jetzt waren das spiel ist zu ende ich sag mal kurz und knapp klare angelegenheit ja wolf dominantes auftreten bis zum schluss und so war der sieg wenn wir ehrlich sind nie die in gefahren Super Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Was für eine Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Stark gemacht, das könnte was werden. Ein fantastisches Tor. Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Jetzt ist es gefährlich. Da wäre jetzt Platz. Der muss passen. Der Ball ist drin. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die... Ballverlust. Ja, könnte was werden. Gefährlich. Kann er was draus machen. Torhüter. Der Verteidiger hat den Ball noch abgefälscht. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Der ist noch heiß. Der ist drin. Der Abschuss, natürlich klasse, aber die Vorbereitung, die hatte es in sich. Gute Aktion. Der Angriff könnte was werden. Das muss es sein. Block den Schuss erst mal ab. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig.